nix nix ist es für mich ich kann es mir leisten na bleibt doch da stehen euer zeichen und schätzen bereit machen nachkommt starb-lösen wir sind auch ihre leute es tut mir leid ich ich kann gar nicht dagegen tun das ist m wir verschwenden unsere Zeit wo bleibt dein dummer Drache jetzt wo bleibt einer guck mal ich schieß deine grad Minus ich schieß deine Viecher grad tot eure treue Drogen schützen hihihi kein Problem ist was für jeden Tag es kam gerade so über mir und mich ich verzeihe dir die Zeile ich war gerade nur so geschockt dass sie mich nicht so hinterlistig angreifen bei all dem was wir zusammen erlebt haben und ähhhhh naja komm ist gut augen auf männer augen auf männer werden singen hier gibt es hier keine Frauen Gebäude stehen in Flammen woaat woaat du hässlon wir sind bereit summer jaaah dieser Dis geht raus am Midnight Control was geht raus an mich dieser Dis ach so jaa schön so siehts aus wenn brenne 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 auch dass die Welt was Wahrheit ist erkenne über Mutter gänst nicht ne äh nö ne ne ist ja klar ach meine Fresse haut sich alles kaputt gerade baaaaaaan und zack der Feind bereitet ein Drachenei vor ach Mensch echt hätt ich jetzt nicht gedacht ich habe es eigentlich nur gemacht weil ich auch genug Geld dafür hatte den nächsten zu machen ach so ja ist klar waffen benötigt waffen benötigt ich traue mich immer nie anzugrafen weil ich dann denke ich meine Armee ist voller Marsch an ich denke ich mir so toll waffen benötigt zwei Prozent Prozent haa brennt immer noch und muss Risiken eingehen was war das jetzt nicht zu was zu sehen irgendwas was hast du gesehen ja nix ich hab grad nix gemacht ach man man sich so mal ist nacheinander kaputt ja komm hier auch hier haben wir noch eins kaputt das ist ja schön aus bei dir so viel Schutt und so viel Asche das böse Wort mit weh liegt mir auf der Zunge ach ja aber ich schluck's herunter der das ist raus was raus muss muss raus raus muss alles was keine Miete Zeit mhm ach ich hab welche ja oh Wahnsinn äh was ist das das ist eine Gerberei eine Fallmacherei und brauche ich nochmal Gerberei mhm mhm was hat sich jetzt hier dazwischen eigentlich auch wie pervers ist es was was mein Essen wie es verschwindet ach so langsam langsam wir sind eure Leute dann packt ihr eins was war jetzt hier dazwischen ich auch keine Ahnung nix ach du hast keine Ahnung wie viel wie viel Streitkolben Spacken habe ich jetzt eigentlich 88 zu wenig 2 2 5 mit langsam der Zeigefinger weh von vielen Rekruten rekrutieren on GPR ne das war ernsthaft gemeint Hubschrauber Hubschrauber ja im Hubschrauber müssen da immer zwei fliegen der eine hupt der andere schraubt haha den kann ich ja noch gar nicht ist der dämlich das hat unser schlechter Techniklehrer erzählt ok rauf auf die Welle rauf auf die Welle diese Steuern sind ein wenig hoch ich hab gar nicht gesagt ich bin ein bisschen unruhig wenn ich ehrlich bin ja ist egal what wo steht in der Hubs von wo kommt der Achter lol lol unsere Truppen werden angegriffen schneller droht als zu Glotze Kurs ist der das stimmt sogar damn wo ist mein Heilsauber welcher ist denn das ach der da ach das ist scheiße hier auf die Pferde gleich es geht los ach hab ich keine ach nein hab ich jetzt Schwerter gemacht oder was ein Feuer ist auf der Burg ausgebrochen ach nicht schon wieder der Feind hat einen Drachen herangezogen mhm ich weiß hallo ein P-Minished Cap mhm ach komm doch nein ach nö ach nö ja so muss ein Cowboy sein dreckig feige und gemein hey ja ich hab kein Bock mehr komm hier ich hab keine ich hab die Schnauze voll jetzt ich hab die Schnauze voll jetzt wo ist mein Kornspeicher hallo jetzt hab ich wirklich die Schnauze voll gut unsere Bögen sind ungeduldig Schlägerei oder was oder Schlägerei und richtig sind unterwegs eure Soldaten sind bereit vorwärts Männer macht den Spreitkolben Kämpfern bäm 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 sollen wir jemanden schlagen mhm wo ist der Kampf ach geh aber hallo hallo geh mal bitte hier hier hin so hier um da wir kommen in Frieden ne ich klar und so ne Vorsicht Männer sind bereit die stehen da so rum voll gechillt und so zeig sie ihnen gebäude stehen in Flammenseyer ja 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 na 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 ob das klappt ich weiß ja nicht wo gibt's Ärger eurer Hoheit du bist jetzt grad voll ruhig hier ach so ja ich muss ich muss Schlägerei machen wo bist du eigentlich seh dich nicht mehr ich hab keine Ahnung wo bist du ach da ach scheiße du lebst ja noch wie dumm ich glaub ich alles von mir ist so ziemlich tot ne 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 ich will kämpfen ich will kämpfen ich nennen sie ja gern Wichser ahh ah hallo was steht ihr hier so dumm rum was machen der eine Wichser da ihr habt nicht genug Gold um diese Einheit auszubilden das ist mir jetzt auch egal wo bist du ich sehe dich ich töte deine Menschen ja ich weiß der Feind bereitet ein Drachenei vor habe ich überlebt um diese Einheit auszubilden Loll über mir alles Todes meinen ganzen meinen ganzen äh Gebäude machen gar nix mehr grad nix lol wieso habe ich jetzt auf einmal tausend Käse habe ich den Kornspeicher kaputt gemacht keine Ahnung in eurem Namen das muss ich erstmal alle heilen das kann man ja mit dem Skill hier was soll denn das jetzt h90 nix hrn 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 um gar nix und verreckt das hier alles um diese Einheit auszubilden wo sind denn meine sie sind tot und ich habe keine Lust mehr ich schwöre in dein Leben um Loll meine meine Bogensützen sind sind da oben auf dem Ding gefangen die können dann nicht mehr und um Hahahaha es ist eine Mauer hinbauen und Ding hier und weißt schon ja ich helfe dir jetzt geht es kühne los das geht gar nicht mehr wie viel Leif hat er das passt da nicht hin mein Gott das passt da nicht hin das passt da nicht hin mein Heinrich wieso ist er denn der ist doch da oben du bist doch noch gar nicht bei dem nee ich meine der und der um was ist es denn der Oga oder was auch immer woher aus was war das denn ja das ist der eine Skill da ich skill dir auch gleich was ja das können halt die Tippe da du hast deine coolen Riesen ich hab die das da ach man alter wie die alle auf mich eindrehen bist du bescheuert äh ich will schieb dich mal ach so ok ja ja ich weiß schon ne schon klar Pepsi und so hm hihihi 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 verlassen Mission Statistik Grados mit der Grund Show ja ganz toll verlassen und so und joo und das war unser toller Part zu Stronghold Legends das Battle und wir sagen noch schöne Abschlussworte und zwar von Vincent Raven hihihi 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 ciao